Und dann hat er mir das da hingestellt und ich habe da ein Konzert da gespielt und es war eigentlich sofort klar. Und dann dachte ich, wow, die Boxen, eine 2-10er und eine 1-12er mit einem 6er-Tweeter, klingen einfach für die Größe vor allen Dingen fantastisch, unheimlich breit aufgestellt. Die Dinger haben richtig, haben Tiefbass, haben alles, was man braucht, sind gut verarbeitet. Spirits.